Was geht ab zu diesem neuen Video auf meinem Kanal? Was genau? Wo heißt, wie es da gerade steht? Maxify! Ja, nicht so, Jungs. Wir werden heute TikToks nachstellen, die ihr mir zugekommen lassen habt, auf Instagram. Deswegen vielen Dank und Leute, bitte, was macht ihr da? Hört doch mal ganz kurz. Was sind das für TikToks? Das sind sehr interessante TikToks. Sollen wir direkt reingehen? Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Zeigt mal das erste TikTok, Maxi. Hey, Maxi. Welches TikTok machen wir zuerst? Hey, Maxi. Maxi nicht. Ich zeig euch das erste TikTok. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Da ist jemand, der macht dann Latzug. Genau. Und der macht den so und dann braucht er ein bisschen extra Kraft. Und dann kommt er von hinten. Von Spotter. Nein, aber wir könnten eine andere Übung machen. Nee, aber kannst du ja auch kaufen. Ja, hab ich sogar. Weißt du, wer meinen alten Rackets hat? Ja, der Jazz. Wir machen das TikTok jetzt nach. Guck erst mal. Guck erst mal. Ja, ja. Du kannst mich zotten. Und dann klatsch ein paar Mal in die Hand. Weißt du? Und dann kommst du und ich mach einfach mal eine Wiederholung. Und dann konzentriert. Und du setzt ein paar Wiederholung. Du setzt die Kinder wieder hin. Beine bereit. Und dann, dann, dann. Du setzt uns so ein bisschen. Ah ja. Dann kommst du ran und dann... Ich geh dir, Bro. Und dann geht's viel über schnell. Weißt du? Wie breit bist du? Wie breit ich bin? Wie breit. Ich bin komplett bereit. Komm weiter. Boah. Ich mach jetzt den Brotter. Boah. Mach los. Ja. Boah. Das ist nicht schwer. Mhm. 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 War das gut so? Ja, das ist unser Job, ne? Also. Das ist nicht sein Job. Mein Job ist deswegen, ne? Let me do it. Ja, so sieht man halt nicht. Oh. 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 Oh ja. Oh. 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 Meine Arme machen schlafen. Weil wir die Besten sind. Weil wir die Klügsten sind. Weil wir die... Ich bin komplett bereit. Oh. 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 Oh ja. Oh ja. Nächstes Tiktok, wir haben das gemacht, jetzt das Nächste. Da liegt Geld auf dem Boden. Der Joke ist, da liegt Geld auf dem Boden und wenn man sich püppt, wie im Gym, glaube ich, mit Seife. Ah, die haben direkt so die Hose runterziehen. Die Hose ist da unten, die wollten gerade und er hebt sozusagen die Seife auf, aber es ist Geld. Ach so, das erste Tiktok, was du für dein Video wolltest, dass wir das drehen, da sollte ich dich so von hinten so umarmen. Jetzt beim zweiten sollen wir anrufen, dass wir nicht bangen. Ey, ist so süß. Ey, das ist so süß. Oh, die kleine Weine. Eigentlich einfach nur einen hier. Limmie. Oh, das war das Kleine. Das war so weg. Warte mal, lass mal. Ich glaube, du musst noch... Ich darf nicht weiterlaufen. Ich darf nicht weiterlaufen. Ich darf nicht weiterlaufen. Ich darf nicht weiterlaufen. Ey, aber was hab ich dabei? Soll ich zum laufen? Nein! Oh, etwas kann jetzt. Jungs? Oh, etwas kann jetzt. Jungs? 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 Proof that not everything can be an Albumcover. Also das muss natürlich nicht. Ey, aber ohne Scheiß, da brauchst du authentische Augenblicke. Wir erschaffen welche. Die sind super einfach. Ähm... Warte. Ja. So benutzen jetzt Baseballschläger. Ich fühl mich heute echt nicht geil, Mann. Nicht so hübsch, Bruder. Bruder, du siehst gut aus. Hör auf, Mann. Da seh ich euch beide. Du bist derjenige, der auf den Boden geht, ne? Natürlich. Jungs, ich fühl mich irgendwie heute nicht so schön. Hä, nein, geht doch fit. Der Schild ist doch nice und so. Ja, doch. Klar, ganz auf. Du bist das du. Du musst direkt runter gehen, sobald du nicht mit dem Weg bist. Ja. Jungs, ich fühl mich irgendwie heute nicht so schön. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist doch mega nice. Rockstar. Ah, danke schön. Ich glaub, es war gut, oder? Das war der Hammer. Jungs, ich fühl mich heute nicht so schön. Ich weiß nicht, was du hast. Nein, das ist doch mega nice. Rockstar. Ah, danke schön. Mega. Top. Das ist eine 10 von 10. Was ist das nächste TikTok, Maxi? Boah, Jungs. Wenn ihr wüsstet, das ist nichts Hass, Jungs. Junge. Ey, du willst nur so... Ey. Nein, nein, nein. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Guck dir das einfach an. Jungs, ich kann das erklären. Bei dem Fall, da passiert nichts Schlimmes. Das ist nur so ein... Du hast böse geguckt, ganz kurz. Ja, ich wollte in meinen Mut kommen. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist schlimmer. Ich glaube, das ist schlimmer. Okay. Das wird immer schlimmer. Ja. 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 Na ja. 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 So viele TikToks. Ja. Krass. Was das hier abgeht auch, ne? Das ist ja schon so lange, ne? Machen wir es kürzer? Was machen wir kürzer? Wir machen das Jahr kürzer? Indem wir einfach miteinander... Können wir ein Outro machen einfach? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und schickt nicht noch weitere TikToks. Und einfach mal alle anderen Videos von Mexi noch mal gucken. Weil es ist jetzt eins gelöscht. Hä? Hahahaha Das ist ja genau wie das ist. Das stimmt jetzt auch gleich. Hahahaha Hahahaha